so leute ich hoffe euch geht es gut ich habe seit langem kein video gemacht ja ich hatte einige dinge zu tun jetzt fahre ich Richtung Rierkloster und ich wollte euch die straße zeigen das ist der Weg zum Rierkloster die straße ist neu und man braucht sich hier keine sorge zu machen und das Wetter ist auch wunderschön und das war es von mir, bis dann